Rosa, lieber Dieter Kostlik, liebes Publikum, ich begrüße Sie zur Verleihung der Berlinale-Kamera und Rosa von Braun. Lieber Rosa, ich bin sehr glücklich und es ist wunderschön zu sehen, wie dein Werk in den letzten Jahren immer mehr gewürdigt wird und wie es offensichtlich wird, welche Spuren du hinterlässt mit deinen Filmen, aber auch auf die Menschen, die mit dir arbeiten und die das Glück haben, in deiner Nähe zu sein. Und ich bin sehr, sehr dankbar, einer dieser Menschen zu sein. Und nun übergebe ich an Eva Mattes und Tom... Wo bist du? Ich seh dich nicht. Da, okay, Rosa. Wenn ich an dich denke, dann sehe ich ein großes Lächeln. Als ich anfing, diese Laudatio über dich zu schreiben, fielen mir diese Worte als erstes ein. Wenn ich an dich denke, dann schlug ich das wie Jing auf, das chinesische Orakel, das Buch der Wandlung. Ich hatte es bestimmt 20 Jahre nicht mehr zur Hand genommen und ich schlug es auf, wie ich es auch damals tat, nämlich blind. Einfach irgendwo hielt ich an, da wo mein Daumen eben anhielt. Das war dann die Seite 467 mit dem Titel Die Mundwinkel. Da musste ich dann auch lächeln. Er ernährt den Würdigen und erreicht so das ganze Volk, heißt es weiter. Besser hätte ich es nicht treffen können. Denn mit deinen zweimal 70 Filmen hast du uns in der Tat was zum Fressen gegeben. Jedes Mal, wenn ich einen Abend mit deinen Filmen verbringe, fühle ich mich reich ernährt. Treffe ich Menschen, die mir durch dich ihre Lebensgeschichten anvertrauen. Betroffen? Und lächelst? Bleibst auch neutral? Das ist schön. Du beurteilst und verurteilst nicht. Du gehst dem Leben nach mit sanfter Beharrlichkeit. Du willst es einfach wissen. Du hast keine Scheu davor, zu weit zu gehen, den Bogen zu überziehen. Und so läufst du in rosa Anzügen mit großen Penissen auf dem Kopf, outest Männer, die nicht darum gebeten haben. Machst dir Feinde, die du nicht fürchtest, um die Bewegung nach vorne zu treiben. Die schwule Sache Wende sind die Empirten erleichtert und dankbar für die Befreiung, in die du sie gezwungen hast. Ich denke, es amüsiert dich, wenn du wieder einmal einen Menschen triffst, der nicht weiß, ob er über sie oder über ihn spricht. Die Laudatio für Rosa steckt in dem nun folgenden Film, der gleich kommt. Deshalb vorab hinzugefügt sozusagen nur dies. Wir sehen so viele Filme, wir lesen so viele Bücher und wir betrachten so viele Kunstwerke, die im Ungefähr verweilen und die dort stecken bleiben, die ängstlich vor sich selbst zurückschrecken, die das irgendwie und das vielleicht stark machen und die dann vielleicht mit ganz viel Mühe ein bisschen interessant, ein bisschen relevant, ein bisschen schön, aber immer auch ein bisschen böde sind. Rosa hat nicht eine einzige Arbeit in seinem Leben so gemacht. Rosas Filme und Bücher und Bilder und Gedichte sind grell und bunt, laut und wild, toternst und tief traurig, stinksauer und wutentbrannt, leidenschaftlich innengrünstig, agitatorisch. Das ist ein Gedicht, das Rosa mal vor kurzem eine Freundin von mir geschrieben hat, wie du schon sagst, nebenbei. Also Rosa sagt, wenn ich an die Zukunft denke, dann habe ich meine Bedenken. Wenn ich zurückblicke, dann mild und weise, aber wenn ich nach oben schaue, dann sehe ich eine Rose, die leuchtet in allen Farben. Ich habe nichts mehr dazu zu fügen. Ich möchte nur sagen, auch wir von der Berlinale finden dich super, toll und ich sowieso. Den letzten Kontakt, den wir in Hollywood hatten, den habe ich noch in Erinnerung. Du standst auf der anderen Seite der Straße und mit deinen Studenten und da passierte das, was Eva gerade erwähnt hat. Freudig hat mir Rosa zugewunken und gerufen und natürlich gelacht und ich bin hypnotisiert wie Bagheera die Schlange über den Zebraschreifen. Die laufen nicht sehr weit, weil mir dann dieser unglaublich große amerikanische Schlitten über die Füße gefahren ist. Das war ein schöner Tag. Ich werde ihn nicht vergessen, Rosa. Ich danke dir ganz herzlich dafür und für deine großartige Filmarbeit auch bei der Berlinale und deine Treue gibt es jetzt eine Berlinale Kamera. Ich habe dich doch sicher nach deinem Sexleben gefragt, oder? Als wir uns trafen. Ja, wir hatten diese relativ kurze Konversation. Wir sind was vorbereitet. Ich hatte keine Zeit, das selber zu schreiben. Ich habe ein Schreibbüro beauftragt und ich habe es noch nicht gelesen, was da drin steht. Also hier steht. Also erst einmal ein paar Worte zu meinem körperlichen und geistigen Zuschauer. Mir juckt es im Ohr. Das führt meistens zu schlimmen Entzündungen und Frau Dr. Gesine Schwarz führt mir dann einen mit Antibiotikum getränkten Faden ein. Und mein Homöopath hat mir ein Spray verschrieben, den ich mich nicht traue zu nehmen, weil ein früherer Homöopath mir Tropfen empfohlen hatte, die das Ganze verschlimmert haben. Der Homöopath ist leider verstorben. Ich leide an einer Reizblase und deshalb wurde mir eine Prusata-Operation verweigert. Das führt zu ständigen Wasserlassen, besonders in der Nacht. Deshalb habe ich mein Bett in der Nähe der Toilette bestellt. Ich habe einen Rolex Rigidus, das heißt Arthrose in beiden großen Zehen. Das kam vom heftigen Seilspringen, als ich dachte, noch den Hochs springen. Danke willkommen. Es ist sehr schwierig, hier das Armloch zu finden. Und mein erster Lyrikband hieß auch Mein Armloch. Mein zweiter heißt Ein Penis stirbt immer zuletzt. Den kann man beim Verlag Martin Schmitz bestellen. Ebenso wie mein Buch Rosas Rache. Das sind Tagebuche aus 50 Jahren, also auch beim Martin Schmitz Verlag. Das Buch hat sich bisher schlecht verkauft. Warum ist mir ein Rätsel, mein Freund meint, weil daran zu viel Sex vorkommt. Neben meiner großen Begabung als Dichter und Maler mache ich ja auch Filme. Gerade arbeite ich an meinem neuesten Werk, Jesus und Hitler, eine Liebesgeschichte. Nach dem ersten Rohschnitt hat mich mein Freund Oliver so zusammengeschissen, dass ich jetzt den Feinschnitt meinem genialen Cutter Frank Brummund überlasse. Der hat sich aber beim Skifahren ein Bein gebrochen, insofern kann er erst im Frühjahr weiterarbeiten an dem Film. Inzwischen mache ich einen Film mit dem Titel Ich bin ein Hypochonder. Über unterschiedliche Heilmethoden.